Also ich habe hier einen der Flüchtlinge, die im Camp leben. Sein Name ist Daniel, er ist aus dem Iran und er möchte, er ist an mich herangetreten, weil er etwas zu sagen hat. Zunächst möchte ich alle Menschen begrüßen, die jetzt meine Stimme hören. Es geht uns hier nicht gut, die Situation ist sehr schlecht. Außerdem brauchen wir ganz dringend von den Vereinten Nationen Unterstützung. Es gibt hier sehr viele Frauen und Kinder, die wirklich auf die Hilfe von den anderen Ländern angewiesen sind. Insbesondere was die Vereinten Nationen betrifft. Außerdem gibt es hier kein Essen und auch kein Wasser. Sie sagen, sie wollen uns helfen, aber es gibt hier viel zu viele Menschen. Es gibt nicht genügend Essen. Man traut sich kaum zu schlafen. Es ist eine richtig schlechte Situation, in der wir uns befinden. Wir wünschen uns ein besseres Leben. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle Menschen, die hier sind. Menschen aus Syrien, aus Afghanistan oder aus dem Iran. Aller Nationen. Wir helfen uns gegenseitig, um die Situation etwas erträglicher zu machen. Wir machen uns natürlich große Sorgen über unsere Kinder und die Frauen. Wir müssen zusammenhelfen und ich hoffe, wir können die Situation verbessern. Ich hoffe, dass wir es in eine bessere Situation verbessern können. Also. Vielen Dank.